hallo bei der wandel imkerei kolbe ja ich wollte jetzt nur mal einen kurzen aufruf starten wir haben jetzt hier auch noch ein paar karnikas übrig wir hatten für ein auch aus der agt gruppe wie ihr seht werden jetzt für ein projekt in usbekistan machen wir da immer zwei drei serien und da sind jetzt auch wirklich noch gut königin übrig weil das einfach wirklich gut funktioniert hat dies ja mit der königin zucht und die zellen waren wirklich schön haben sich auch schön aufgebaut und ihr seht wirklich schöne brutnester die ersten teilweise sind es noch backfast bienen aber die ersten karnikas kommen auch hoch da ist ja sind alle im birkenmoor begattet und somit auch karnikas reinzucht material kriegen auch ein pass dazu und wie gesagt wenn einer da bedarf hat oder so mich einfach anschreiben per e mail oder whatsapp und dann kriegen wir da bestimmt was hin gut ist das was ich zeigen wollte bis dahin mehr schade um die königin wenn sie nicht irgendwie raus ach ja im preis ja ich sage mal so 60 euro weil wie gesagt sie sind alles belegstellen königin karnika ist aber ja nicht so und es ist auch ein gewisser überhang jetzt also von der sache her würde ich mich da auf 60 euro beschränken und ja dass die königin in vernünftige völker kommen gut das war's bis dahin tschüss bis jetzt